Hier dieses Restaurant. Das war letztes Jahr ganz neu wieder aufgemacht. Dann kam das Hochwasser. Das ist jetzt vor zwei, drei Wochen erst wieder aufgemacht worden. So lange ist das alles repariert worden. Okay. Neue Häuser, oder? Neubau. Das ist ja ein Neubaugebiet. Ja, so alt und modern, gell? Ja, auch interessant. Ja. Jetzt ist es richtig kalt geworden, wenn es kalt ist. Schnell, oder? Schnell reinkommen. Ja, hier zieht es auch durch die Straße, oder? Ja. Und hier fahren unsere Klienten auch nach Büdingen ab und zu, sich neue Sachen holen. Okay. Ja. Das Wiesfeld heißt es dann. Achten wir hier rein. Okay. So, jetzt sind wir eine Minute gelaufen. Ja, eine Minute gelaufen. Es gibt noch mehr hier zu sehen, aber da müssen wir jetzt noch ganz außen rumlaufen. Da ist noch die Stadtmauer. Das können wir vielleicht machen, wenn es so schön da ist. Das ist mir nicht zu kalt. Ja, es ist so schön. Und wenn wir mehr Zeit haben vielleicht. Okay. Ja, heute ist genug. Viel zu sehen. Hast du wieder mal was zu zeigen von der, für deine Leute, gell? Ja. 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 Oh, I love it. Oh, I love it. Aber hier sind viele Leute, oder? Zusammenwohnen. Was? Viele Leute wohnen hier. Ja, wahrscheinlich schon, ja. 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 Das ist eine große Rolle. Ist das eine große Rolle? Ach, nicht. Da wo wir hingehen, wo der DM ist, da gibt es auch noch einen Deichmann und einen Taco. Wenn du irgendwie Schuhe brauchst oder Klamotten brauchst, kann man da noch mal reingucken, solange wir Zeit haben. Und DM ist ja nur eine Drogerie. Ich guck mal, weil ich hatte da, ich weiß gar nicht mehr von was, einen Gutschein halt bekommen. Vielleicht kaufe ich mir mal irgendein Café im Katar, ja, also für mich, mal sehen. Mal sehen. Das war ein Geschenk, war das, der Gutschein. Ich weiß gar nicht von woher habe ich den bekommen, ich weiß es gar nicht mehr. Das war ein Geschenk. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020